Gesundheitswissenschaften. Für all diejenigen, die lieber vorbeugen als nacharbeiten. Im Gesundheitsland Nummer 1 Projekte, die fit halten, erarbeiten, vermitteln, planen, kalkulieren und vermarkten. Von traditionellen Techniken bis hin zum neuesten Trend. Nach dem Hörsaal geht's ins Gesundheitswesen, in Unternehmen oder in die Selbstständigkeit. Pflegewissenschaften, ein gefragter Studiengang, denn in den Pflegeheimen und Diensten fehlen Fachleute. Mit einer praxisnahen Ausbildung kannst du mitgestalten, wie Pflege in Zukunft aussehen soll. Entwickele neue Konzepte und Methoden, setze später Akzente in Führungspositionen. Ein Studium nah am Menschen, für alle mit Organisations- und Verwaltungstalent. Vertritt deinen Fachbereich beim traditionellen Drachenbootrennen, erlebe eine Hochschule, an der alle an einem Strang ziehen. Lerne bei Lesungen, Konzerten und Diskussionsrunden auf dem Campus Freunde kennen, die über den Tellerrand gucken und natürlich auch richtig feiern können.